Wir sind hier in dem ganzen Haus, das sind 1500 Quadratmeter und wir sind 35 Künstler seit 2012 und wir sind eine sehr gute, enge Gemeinschaft über die Jahre geworden und wir haben vor allem Lust, dass das auch erhalten wird. So, ich gehe hier. Es ist der Effekt für den Künstler. Das heißt, Räume wie dieses Atelierhaus hier, die einfach entstanden sind, wo sich Gruppen gebildet haben, wo was passiert, die werden, da wird häufig zugelassen oder untätig zugeguckt, wie diese Räume abgewickelt werden. Wir sind nicht das einzige Haus, wo das passiert. Es gibt überall im Stadtgebiet Häuser, die momentan abgewickelt werden. 350 Ateliers gehen jedes Jahr verloren in Berlin.